Herzlich Willkommen in Hintereggers Einkehr. Darf ich euch einmal unser Lokal zeigen, aber früher trinkt ihr mal einen Schluck. Prost! Auf Wiedersehen! Jetzt schneiden wir jetzt vorne raus, das Rebeige, also auch bei uns in der Sparte nach der Hausbraten. Perfekt gereiften und die perfekte Qualität am Fleisch, da sieht man ein dunkelrotes Fleisch hin, machen wir eine Rehung, die wir jetzt sollen von dem, schneiden wir jetzt an den Scheißstierklob an den ersten Braten. Wunderbar. So wie hier haben wir auch kleinere vorbereitet. So. 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 So.